Ich komme damit dann jetzt zur Tagesordnung und rufe auf die Tagesordnungspunkte 20a und 20b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Sichere Beschäftigung in der Transformation, Aus- und Weiterbildungsförderung ausbauen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Fortschritt braucht Fachkräfte, und Fachkräftesicherung ist damit Wohlstandssicherung. Ich habe es gestern an dieser Stelle beim Einwanderungsgesetz gesagt. Wir haben heute den höchsten Stand von Beschäftigung, den Deutschland je hatte. Ich muss meine Zahl von gestern korrigieren. Es sind 34,6 Millionen Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter, 46 Millionen Erwerbstätige in diesem Land. Und deshalb werden heute schon in vielen Bereichen händeringende Arbeits- und Fachkräfte gesucht. Und wir werden als Bundesregierung mit unserer Fachkräftestrategie deshalb alle Register ziehen, um diese Aufgabe zu schultern. Und dazu gehört vor allen Dingen das Thema Ausbildung. Denn da haben wir ein großes Potenzial. Wir suchen händeringend Arbeits- und Fachkräfte und haben gleichzeitig 1,6 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 29 ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Und wir sehen die übrigens dann später in der Sozialpolitik wieder. Zwei Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und deshalb war es wichtig, dass wir mit dem Bürgergeld dafür gesorgt haben, dass die Menschen die Chance haben, nicht in irgendwelche Hilfsjobs nur zu kommen und dann wieder beim Jobcenter zu landen, sondern durch das Nachholen eines Berufsabschlusses dauerhaft in Arbeit zu kommen. Auch das ist Fachkräfte. Aber das Wichtigste ist, dass wir beim Thema Ausbildung und dieser Entwicklung den Nachwuchs abgraben. Dass wir dafür sorgen mit der Ausbildungsgarantie, die wir heute auf den Weg bringen, dass früh vor allen Dingen Berufsorientierung stattfindet. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass wir vor allen Dingen in dieser Gesellschaft auch früh Kinder und Jugendlichen beibringen, welche Berufe es in diesem Land gibt. Und dass auch die berufliche Ausbildung eine große Chance ist. Ja, wir brauchen Masterinnen und Master, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Meisterinnen und Meister. Wir werden den Beruf, die berufliche Bildung stärken. Das Gesetz enthält ein Unterstützungspaket beispielsweise beim Thema Beratung und Vermittlung. Es geht um Einstiegsqualifizierung und Berufsorientierung. Und, meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, mit der Ausbildungsgarantie dafür zu sorgen, dass wir jedem jungen Menschen hier ein Angebot machen auf den Einstieg in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben durch Ausbildung. Und das heißt, in den Regionen, die strukturschwach sind, in denen es nach wie vor auch eine Unterversorgung gibt, werden wir auch einen Rechtsanspruch auf außerbetriebliche Ausbildung verankern. Vorrang hat die betriebliche Ausbildung. Aber wo gar nichts geht, werden wir diesen Rechtsanspruch umsetzen. Und wir werden bei der Mobilität helfen. Wenn im nördlichen Ruhrgebiet ein junger Mensch keine Ausbildung findet, aber in Köln die Möglichkeit sich eröffnet, dann werden wir Mobilität unterstützen, im Zweifelsfall auch Fahrtkosten. Und meine Kollegin Clara Galbitz hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt als Bundesregierung, damit wir auch Azubi-Wohnheime in diesem Land haben und nicht nur Studierendenwohnheime, meine Damen und Herren. Ja, eine Ausbildung, vor allen Dingen eine berufliche Ausbildung in diesem Land, ist immer noch die beste Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben. Aber wir wissen, es ist kein Dauerabo mehr. Denn die Arbeitswelt verändert sich. Die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, der Umbau unserer Industriegesellschaft hin zur Klimaneutralität führen dazu, dass sich im Erwerbsleben dramatischer als in der Vergangenheit Qualifikationsanforderungen verändern und Beschäftigungsfähigkeit gefragt ist, damit Menschen in Arbeit bleiben, damit wir Arbeitslosigkeit verhindern, bevor sie entsteht, und damit wir auch damit einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Meine Damen und Herren, wir haben den Weg eingeschlagen hin in eine Weiterbildungsrepublik. Und deshalb machen wir mit diesem Aus- und Weiterbildungsgesetz einen weiteren großen Schritt und schaffen Instrumente, die Unternehmen und Beschäftigten mithelfen, den Wandel der Arbeitswelt zu bewältigen. Im Einzelnen geht es darum, dass wir den Transformationszuschuss, den wir in der Großen Koalition gemeinsam geschaffen haben, mit dem wir Unternehmen unterstützen, Investitionen in Weiterbildung zu hebeln, entbürokratisieren und vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen, damit die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Es können unterstützt werden Investitionen in Weiterbildung, aber auch der Arbeitsentgeltausfall in der Zeit, in der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergebildet werden. Wir schaffen zweitens ein neues Instrument für Unternehmen und Beschäftigte, die schon ein Stück stärker in der Transformation sind. Beispielsweise Zulieferunternehmen der Automobilindustrie auf dem Weg hin Richtung Elektromobilität und weg vom Verbrenner. Oder in der Stahlindustrie, wo es neue Technologien gibt. Da wird das Qualifizierungsgeld in mitbestimmten Unternehmen helfen, dafür zu sorgen. Und ich bin der Gewerkschaft IG Metall sehr, sehr dankbar, denn das ist das, was mit der Initiative zum Transformationskurzarbeitergeld gemeint war. Und wir setzen das jetzt um, meine Damen und Herren. Drittens, wir sorgen dafür, dass das konjunkturelle Kurzarbeitergeld, wenn es eingesetzt werden muss in Krisenzeiten, weiterhin einen Anreiz hat. Und wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass es auch tatsächlich stattfindet, dass man möglichst, wenn Kurzarbeit schon nötig ist, das mit Weiterbildung verbindet. Und deshalb gibt es weiterhin einen finanziellen Anreiz mit 50 Prozent der Sozialversicherungskosten, wenn Arbeitgeber Weiterbildung mit konjunktureller Kurzarbeit tatsächlich verbinden. Und es gibt natürlich das bewährte Instrument, wenn Personalabbau stattfindet, der Transformationsgesellschaft, um berufliche Neuorientierung auch zu machen. Meine Damen und Herren, der Wandel von Wirtschaft und Arbeit, die Fachkräftesicherung in diesem Bereich, das Thema Weiterbildung, da reicht es nicht, einen Schraubenschlüssel zu haben. Wir brauchen einen ganzen Werkzeugkasten. Und mit diesem Gesetz schaffen wir einen Werkzeugkasten, damit diese Tätigkeit auch gelingt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben als Bundesregierung eine Fachkräftestrategie auf den Weg gebracht, die wir Schritt für Schritt umsetzen, weil wir nicht zulassen wollen, dass Fachkräftemangel dauerhaft zur Wachstumsbremse in diesem Land wird. Wir haben das Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht, um Menschen mit Handicaps auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wir haben gestern das Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, um qualifizierte Zuwanderungen aus dem Ausland zu organisieren. Und wir legen mit diesem Aus- und Weiterbildungsgesetz einen wesentlichen Schritt dafür, damit Aus- und Weiterbildung gelingt, damit Beschäftigte und junge Menschen eine Chance haben auf ein selbstbestimmtes Leben in Arbeit und damit Unternehmen die helfenden Hände und klugen Köpfe haben, die unser Land zur Wohlstandssicherung braucht. Ich bitte um Unterstützung auf diesem Weg. Herzlichen Dank. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil hat hier noch mal den Gesetzentwurf Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung vorgestellt. 2,3 Millionen junge Menschen stehen ohne abgeschlossene Berufsausbildung da. Da will die Bundesregierung ansetzen. Mareike Lotte-Wulff jetzt für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade viele schöne Worte gehört und Alliterationen über die Weiterbildungsrepublik und den Werkzeugkasten. Ich glaube aber, unsere zentrale Herausforderung, das ist gar nicht unbedingt die Weiterbildung im Angebot oder die Strukturen. Unsere zentrale Herausforderung ist, dass zu viele Menschen die Freude am Lernen im Laufe ihres Lebens verlieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollte uns zu denken geben. Wir sollten uns aufraffen für ein Land und zu Zielen, für die es sich wirklich lohnt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Wir brauchen keine müde Weiterbildungsrepublik, sondern wir brauchen eine Politik für eine kraftvolle Innovations- und Lernrepublik Deutschland. Eine Republik, in der es gelingt, für jeden die Freude am Lernen und an der Weiterbildung lebenslang zu erhalten. Ein Land, das Digitalisierung als Chance nutzt. Ein Land, das in der Lage ist, die Folgen des Klimawandels und der demografischen Entwicklung zu bewältigen. Und das auch in den nächsten 70 Jahren die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt bleibt, bei Innovation und Technologie weltweit Maßstäbe setzt und gleichzeitig die besten Bedingungen für all jene zu bieten hat, die zu dieser Leistung eben beitragen. Und die Kraft, diejenigen zu unterstützen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen können, dafür lohnt sich der politische Einsatz. Und es ist wichtig, was Sie sagen, Herr Minister, der Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft löst schon einen erheblichen Weiterbildungsbedarf aus. Und deshalb, sehr geehrter Herr Minister, müssen wir Sie nicht nur an schönen Worten, sondern eben an konkreten Vorhaben messen. Und da zeigt sich, gute Vorsätze sind eben nicht dasselbe wie gute und zielgerichtete Politik. Laut World Economic Forum müssen 73 Prozent der Beschäftigten im Rahmen der digitalen Transformation umgeschult werden. Und deshalb ist es richtig, dass die Große Koalition das Qualifizierungschancengesetz verabschiedet hat. Und jedoch zeigt sich deutlich, seit Beginn der Weiterbildungsförderung haben nur 120.000 Menschen daran teilgenommen. Und deshalb muss die Weiterbildungsförderung dringend vereinfacht werden. Und Sie tun das auch in diesem Gesetz, Herr Minister, aber nur in ganz kleinen Trippelschritten. Oder um es mit den Worten eines Unternehmers aus meinem Umfeld zu sagen, jetzt sollte alles einfacher werden. Aber verständlicher ist es immer noch nicht. Hier braucht es mehr Mut, Herr Heil. Gleichzeitig schaffen Sie ein neues Instrument. Und was die Einführung des Qualifizierungsgeldes angeht, da bleiben einfach viele Fragezeichen. Denn es ist überhaupt nicht klar, welche Lücke in der Förderung damit geschlossen wird. Und die Bewertung vom Deutschen Gewerkschaftsbund und der IG Metall in den Stellungnahmen in Ihrer Anhörung, Herr Minister, die sind geradezu vernichtend. Die sagen nämlich, das ist nicht nur zu komplex. Das ist für die betriebliche Praxis auch einfach unattraktiver als das, was wir schon haben. Und Sie sagen, das wird niemand in Anspruch nehmen. Lieber Herr Minister, wenn Ihnen sogar die Gewerkschaften so ins Gewissen reden, dann müssen Sie nacharbeiten. Spannend ist dann auch, was nicht im Gesetz steht, so wie es im Parlament angekommen ist. Denn hier ist sich die Ampel mal wieder nicht einig. Die vorgesehene Bildungszeit ist nach Intervention des Finanzministers wieder rausgeflogen, wegen unberechenbarer Finanzauswirkungen. Zudem scheint es anscheinend zwei Konzepte zu geben. Die FDP möchte gerne einen Lebenschancen-BAföG. Und die Grünen möchten gerne die sogenannte Bildungszeit. Und ich kann Ihren Ansatzpunkt da durchaus nachvollziehen. Natürlich ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie der einzelne Arbeitnehmer direkt zu seiner Weiterbildung beitragen kann. Aber bei aller Liebe, in einer Ära des Fachkräftemangels, dem Arbeitsmarkt bis zu einem Jahr lang junge Menschen im besten Berufsalter mit besten Qualifikationen zu entziehen, das ist Fehlsteuerung und hat mit seriöser Arbeitsmarktpolitik nichts zu tun. Der Bildungszeit fehlt die Zielorientierung und der Arbeitsmarktbezug. Und sie privilegiert bereits besonders gut ausgebildete Menschen. Das ist gerade keine Politik für Meisterinnen und Meister. Das ist eine Politik, um es den Mastern noch bequemer zu machen. Sehr geehrter Herr Minister, es ist Ihnen ein liebes Ritual geworden. Sie stellen sich überall hin und erzählen, dass wir nicht nur Master, sondern auch Meister brauchen. In Ihrem Gesetzentwurf kommt die berufliche Bildung aber viel zu kurz. Und das ist nun mal unsere drängendste Herausforderung. Die Unterstützung für die duale Berufsausbildung, die braucht dringend ein Update. Rund 2,5 Millionen junge Erwachsene, je nachdem welche Zahl man jetzt hier heranzieht, haben keine Berufsausbildung. Und das ist erschreckend und deutlich zu hoch. Und gleichzeitig gab es im letzten Ausbildungsjahr keinen Bewerber für jede fünfte Stelle. Und da ist doch klar, der Staat kann weder eine Azubi-Garantie für Betriebe ausstellen, noch eine Ausbildungsplatzgarantie für junge Menschen. Der Staat, der das behauptet, betreibt Etikettenschwindel. Denn der persönliche Erfolg setzt immer die Anstrengungen des Einzelnen voraus. Und darauf haben wir als Staat eben keinen Einfluss. Und das wird auch immer so bleiben. Ihre sogenannte Ausbildungsgarantie, Herr Minister, ist ein Bündel von Einzelmaßnahmen mit einem schönen Etikett drauf, aber ohne Konzept. Den jungen Leuten und den Betrieben wird das wenig nutzen. Zumal, und das muss uns ein besonderes wichtiges Anliegen sein, diese Einzelmaßnahmen nicht in der Gänze inklusiv ausgestaltet sind. Hier müssen Sie dringend nachbessern, Herr Minister, da bitte ich ausdrücklich drum. Den Erfolg des Staates des Einzelnen kann der Staat nicht garantieren. Aber wir können denjenigen den Rücken stärken, die aus eigener Anstrengung bisher keinen Erfolg machen. Und wir müssen denjenigen Mut machen, die auf dem Ausbildungsmarkt vielleicht schon den Mut verloren haben. Denn jeder junge Mensch wird gebraucht. Lassen Sie uns deshalb ein Unterstützungsversprechen abgeben, das wir auch halten können. Zu Neudeutsch vielleicht eine Art Support-Zusage. Und zwar einen Support im Bereich der beruflichen Bildung der Jugendlichen und Betriebe wirklich unterstützt. Der duale Berufsausbildung attraktiver macht. Wie zum Beispiel ein systematisches Übergangsmanagement von der Schule in den Beruf. Gerade auch für die schwächeren Jugendlichen und auch für diejenigen, die vielleicht die zweite oder die dritte Chance benötigen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass es eine bessere Mobilität gibt. Und zwar nicht nur eine Heimfahrt, Herr Minister. Ja, das steht drin. Aber eine Heimfahrt, das macht die duale Berufsausbildung nicht attraktiver. Das steht übrigens auch in zahlreichen der Stellungnahmen zu Ihrem Gesetzentwurf. Und lassen Sie uns das Azubi-Wohnen stärker unterstützen. Bei den bisherigen Bemühungen, Ihre Bau- und Ausbauziele von Wohnungen zu erreichen, bin ich mir nicht sicher, ob das reicht, was Sie derzeit auf die Straße gebracht haben. Und zum Abschluss nur noch ein Thema, was mir besonders und ich glaube auch uns allen jenseits von parteipolitischen Reibereien am Herzen liegen sollte. Wir dürfen den jungen Menschen nicht vermitteln, dass es eine Wertigkeit oder Hierarchie zwischen verschiedenen Ausbildungsgängen gibt. Keine akademische oder berufliche Bildung ist besser als die andere. Jeder wird in diesem Land gebraucht. Und wenn Sie hier etwas Sinnvolles auf den Weg bringen, stehen wir gerne an Ihrer Seite. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin in der Debatte kommt von den Bündnisgrünen, Beate Müller-Gemmeke. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gemmeke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitswelt verändert sich. Die Klimakrise wird dazu führen, dass sich die Unternehmen klimaneutral aufstellen. Durch die Digitalisierung verändern sich Arbeitsplätze und auch die Anforderungen an die Beschäftigten. Und während viele Branchen unter Fachkräftemangel leiden, bleiben gleichzeitig jedes Jahr viel zu viele junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Und diese Entwicklungen nehmen wir natürlich ernst, Frau Wulff. Und deshalb wollen wir die Menschen, die davon betroffen sind, wie diesem Gesetz stärken und unterstützen. Denn alle brauchen berufliche Chancen und Perspektiven. Und zwei Aspekte sind uns besonders wichtig. Erstens das Qualifizierungsgeld. Viele Unternehmen werden ihre Produkte und Produktionsweisen umstellen, zukunftsfest machen in Richtung Nachhaltigkeit. Und dieser Umbau, dieser Wandel betrifft auch natürlich die Beschäftigten. Sie brauchen andere Qualifikationen. Und an dieser kollektiven Betroffenheit der Beschäftigten setzt eben das Qualifizierungsgeld an. Die Beschäftigten bleiben im Unternehmen und nutzen die Zeit für Weiterbildung und Qualifizierung. Und die Unternehmen haben die Zeit, sich neu zu strukturieren und können dabei trotzdem ihre Fachkräfte halten. Wir verbinden also das mit dem Qualifizierungsgeld vorausschauend Industrie, Struktur und Arbeitsmarktpolitik. Frau Wulff, vielleicht sollten Sie sich das nochmals anschauen. Und das ist eine wichtige Antwort auf die ökologische Transformation. Denn so entstehen im Wandel Perspektiven und Sicherheit. Große Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, das Qualifizierungsgeld eng an die Sozialpartnerschaft zu koppeln, also an Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. So bleiben gute Arbeitsbedingungen beispielsweise in der Automobilindustrie oder im Bereich Chemie auch im Strukturwandel erhalten. Und das ist wichtig, denn Klimapolitik muss immer auch sozial gerecht sein. Und das zweite wichtige Vorhaben ist die Ausbildungsgarantie. Laut Bertelsmann Stiftung hat rund ein Drittel aller 20- bis 34-Jährigen mit Hauptschulabschluss keine Ausbildung. Bei den jungen Menschen ohne Schulabschluss sind es sogar zwei Drittel. Und das ist fatal. Und genau das müssen wir ändern. Denn diese jungen Menschen werden in ihrem Leben nicht nur weniger verdienen, sondern sie werden vor allem im Laufe ihres Lebens häufiger arbeitslos und auch langzeitarbeitslos. Und deshalb brauchen wir eine Ausbildungsgarantie, die auch wirklich diesen Namen verdient. Das Gesetz liefert gute Ansätze, um junge Menschen besser zu unterstützen. Und dennoch gibt es die eine oder andere Stelle, die wir natürlich im parlamentarischen Verfahren nochmals intensiver diskutieren werden. Und eine Verbesserung gibt es ja bereits zum Referentenentwurf. Junge Menschen, die Unterstützung brauchen, haben jetzt einen Anspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung. Und das ist gut und das ist wichtig. Denn genau diesen jungen Menschen hilft das. Denn die haben sonst keine Chance auf eine Ausbildung. Und gleichzeitig ist klar, die außerbetriebliche Ausbildung darf natürlich nur die letzte Option sein. Die betriebliche Ausbildung muss natürlich immer im Mittelpunkt stehen. Und deshalb brauchen die jungen Menschen ein engagiertes Coaching. Sie müssen aktiv angesprochen werden, an die Ausbildung herangeführt und auch dafür gestärkt werden. Auch mit individuellen Unterstützungsleistungen. Sie brauchen das Coaching für die Auswahl der Branche bei der Suche nach Betrieben und zur Unterstützung während und teilweise auch nach der Ausbildung. Und das muss ein Versprechen sein. Und außerdem muss und kann die Ausbildungsgarantie nur erfolgreich sein, wenn sie als Prozess gedacht und auch umgesetzt wird. Und ein Punkt ist noch wichtig. Die Ausbildungsgarantie muss vor allem inklusiv sein. Sie muss Menschen mit Behinderung erreichen. Denn sie brauchen oft keine Sonderwege, sondern das Zutrauen und entsprechende und unterstützende Leistungen. Sie muss auch geflüchtete Menschen erreichen, bei denen die Ausbildung zum Beispiel mit Sprachkursen verknüpft werden muss. Und es geht natürlich auch um die jungen Menschen mit schlechten Nohnen, die Probleme haben, die keinen Schulabschluss haben und alleine eben die Ausbildung nicht schaffen. Wirklich alle sollen die Chance auf eine Ausbildung bekommen. Das ist unser Anspruch bezogen auf die Ausbildungsgarantie. Und dem wollen und müssen wir gerecht werden. Wir verhandeln also hier ein wichtiges und ein spannendes Gesetz. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über einen Gesetzentwurf in erster Lesung der Bundesregierung. Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Für die AfD hat jetzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter das Wort. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Thema der beruflichen Weiterbildung ist wirklich ein ganz wichtiges Zukunftsthema für unser Land. Unser Land der Dichter und Denker hat eine Regierung der Wohlstandsvernichter und Verschenker. Und genauso banal ist ehrlich gesagt Ihr Ansatz zur beruflichen Bildung. Sie verursachen durch Ihre Inflation und durch Ihre Verbotspolitik eine massenhafte Inflation, unter der Unternehmen wie Bürger leiden. Sie verursachen durch Ihre Gender- und Abtreibungspolitik eine demografische Krise. Sie verursachen durch Ihre CO2- und Klimaideologie einen beispiellosen wirtschaftlichen Niedergang. Und dann stellen Sie sich hin und sagen, alles, was die Leute tun müssen, ist sich an die Transformation anpassen, sich vielleicht umschulen. Der Kernkraftwerksingenieur soll dann zum Träger gehen, eine Schulung machen und vielleicht in der Altenpflege seinen Wohlstand der Zukunft finden. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen mit dem Bereich der beruflichen Bildung wirklich professionell umgehen, meine Damen und Herren, um den Anforderungen des technologischen Fortschritts, nicht Ihres geistigen Rückschritts, wirklich gerecht zu werden. Denn Ihr Gesetzentwurf verheilt, der klingt zwar auf den ersten Blick gut, aber er fördert weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber noch die berufliche Bildung. Der fördert vor allem Träger. Der fördert vor allem Träger und sorgt dafür, dass Ihre Kurse egal wie schlecht voll sind. Und das zieht sich durch alle Aspekte. Ich nenne jetzt mal SGB III. Das sind ja die Weiterbildungsförderungsmaßnahmen bei drohendem Verlust der Arbeitslosigkeit. Da stellen Sie die Maßnahmenzulassung ein. Also es reicht, dass der Träger registriert ist, egal ob die Maßnahme noch geeignet ist, die Arbeitslosigkeit abzuwenden, wird sie gefördert. Der Staat zahlt ja und übrigens der Arbeitgeber auch nicht zu knapp, sind ja weiterhin 50, 75 beziehungsweise 80 Prozent, je nach Anzahl der Arbeitnehmer. Tja, 100 Prozent zahlt der Arbeitgeber natürlich bei jeder sinnvollen betrieblichen Weiterbildung. Und da greifen Sie auch nicht wirklich unter die Arme, außer bei den strukturwandelbedingten Qualifizierungsbedarfen. Da wollen Sie ja jetzt mit dem Qualifizierungsgeld kommen und sozusagen Lohnersatzleistungen leisten. Das, meine Damen und Herren, ist aber nichts weiter als ein erbärmlicher Ablass für Ihre Klimatransformationspolitik. Und es wird auch nicht funktionieren. Denn warum soll ein Unternehmen noch in Deutschland investieren bei hohen Energiepreisen, bei hohen Steuerbelastungen und dann auch noch hohen Weiterbildungskosten durch Ihre Klimatransformation werden sich viele Unternehmen ins Ausland transformieren, meine Damen und Herren. Und da hilft auch keine Ausbildungsgarantie etwas. Ja, das nächste große Wort, was Sie groß vor sich her tragen. Es ist ja richtig, dass Sie endlich mal erkannt haben, wie wichtig die berufliche Bildung ist. Endlich mal, muss man das mal festhalten, ist das bei Ihnen angekommen, nachdem wir seit Jahren sagen, berufliche Bildung muss besser gefördert werden. Aber bei der Ausbildungsgarantie profitiert doch nicht der normale Lehrling, der normale Schulabgänger. Es profitieren wieder diejenigen, die in ihrer Person liegende Gründe haben. Geflüchtete, Leute, die bereits eine Ausbildung abgebrochen haben. Und wenn die so schlecht sind und so wenig bildungsbereit, dass sie nicht einmal in einem Unternehmen eine Ausbildung machen können, dann soll es eine außerbetriebliche Ausbildung geben, wo? Ja, natürlich beim Träger. Wo denn sonst, meine Damen und Herren? Und das wollen Sie dann auch noch vollumfänglich fördern. Das ist auch keine Lösung für die Lage. Sechs Prozent der Schulabgänger haben aktuell keinen Schulabschluss. Und viele von denen, die einen Schulabschluss haben, sind auch nicht ausbildungsbereit. Bei diesen Stellschrauben müssen wir anfangen, müssen etwas in der Schule ändern, müssen etwas an Ihrer illegalen Migrationspolitik ändern, weil die nämlich die Zukunft der Qualifikation in unserem Land massiv gefährdet, meine Damen und Herren. Und deswegen sollten Sie nicht mehr in eine Ausbildungsgarantie kommen und Garantien versprechen. Denn das Einzige, was bei Ihrer Politik wirklich garantiert ist, das ist der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands. Haben Sie vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit derzeit 46 Millionen Beschäftigten haben wir einen Beschäftigungsgrad wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Gleichzeitig sehen wir, dass zwei Millionen Stellen unbesetzt sind. Und es wird uns versichert und gesagt, dass unser Wohlstand gefährdet ist in einer Größenordnung von 100 Milliarden Euro, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Deshalb ist es richtig, dass wir als Bundesregierung tragende Koalitionen hier im Bundestag mit beschlossen haben, eine Fachkräftestrategie. Das ist nicht Stückwerk, sondern das ist zunächst einmal die Erkenntnis, die Umsetzung einer Erkenntnis, dass man mit mehreren Maßnahmen, die ineinander greifen müssen, die systematisch ineinander greifen können, diesen Problemen auch Herr werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben begonnen mit dem Bürgergeld. Wir haben bei dem Bürgergeld die Möglichkeiten, für Menschen in Arbeit zu kommen, verbessert. Wir haben die Möglichkeiten verbessert, dass Menschen auch individueller von ihren Begabungen her angesprochen werden können und damit auch motivierender in den Arbeitsmarkt gefördert werden können. Wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo wir die Chancen von Menschen mit Behinderung, in den Arbeitsmarkt zu kommen, verbessern. Wir haben gestern in diesen Bundestag eine neue Strategie für die Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten eingebracht. Heute geht es um Aus- und Weiterbildung. In diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es vor allen Dingen darum gehen, zwei Grundüberzeugungen umzusetzen in geeignete Maßnahmen. Die eine Grundüberzeugung ist, dass wir erkennen müssen, dass die ökonomische Grundlage dieses Landes auf Bildung beruht, darauf, dass wir weltbeste Produkte und weltbeste Dienstleistungen herstellen können, dass wir immer ein Stück weit besser sind. Das wird uns in den nächsten Jahrzehnten schwerer fallen als in der Vergangenheit, weil wir mit großen Veränderungen zu kämpfen haben, die sich auch immer schneller entwickeln. Das ist der demografische Wandel, das sind die Herausforderungen durch den Klimawandel, aber das ist auch der sich immer weiter verschärfende Wettbewerb und auch der Wettbewerb zwischen Systemen, die durchaus auch mit der Begrenzung von Lieferketten und Einschränkung von Lieferketten ausgetragen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind große Herausforderungen, die wir angehen, auch auf der Basis unserer zweiten Grundüberzeugung, die wir als Freie Demokraten ganz besonders mit in die Debatte einführen. Das ist die Grunderkenntnis eines Menschenbildes, dass wir glauben, dass eine Gesellschaft dann gerecht ist, wenn es möglich ist, dass möglichst alle Menschen ihre Begabungen entdecken können, ihre Begabungen entfalten können, damit sie sie für sich und andere einbringen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb ist es eine Frage der Vernunft, der ökonomischen Vernunft, aber es ist auch eine Frage des Menschenbildes, dass es uns nicht ruhen lassen kann, wenn junge Menschen ihre Chancen verpassen müssen, weil die entsprechenden Strukturen da nicht greifen, wo sie greifen müssten. Wenn wir 25.000 junge Menschen unversorgt auf dem Ausbildungsmarkt haben und gleichzeitig aber eigentlich 67.000 offene Stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist das ein Auftrag an uns, dass keiner zurückbleibt. Und das werden wir mit diesem Gesetz engagiert angreifen. Und das hat zum Beispiel auch was zu tun, dass wir die Berufsorientierung stärken. Wir müssen den jungen Menschen ein Stück weit helfen, sich auch in der Vielfalt einer Gesellschaft und unseres Arbeitsmarktes orientieren zu können, sich ausprobieren können. Das ist ganz wichtig, dass junge Menschen Motivation haben, auch eine Ausbildung zu beginnen. Auch da haben wir mit dem Bürgergeld schon einen wegweisenden Schritt gemacht, weil wir es mit der Reform des Bürgergeldes auf den Weg gebracht haben, dass die jungen Menschen einen größten Teil ihres Ausbildungsgeldes behalten dürfen, wenn sie ansonsten auf soziale Leistungen angewiesen sind. Das ist Motivation, das ist Gerechtigkeit, und das ist ein klares Bekenntnis für die Zukunftschancen der jungen Menschen. Aber es wird auch um das lebenslange Lernen gehen. Wir müssen die Menschen mitnehmen und ihnen die Möglichkeiten geben, auch sich immer wieder im Erwerbsleben, im Verlauf ihres Erwerbslebens weiter qualifizieren zu können. Deshalb sagen wir als FDP, wir brauchen das Lebenschancen-Bafög auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir auch einmal feststellen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer schon sehr, sehr stark in die Verantwortung gehen, 12,7 Milliarden Euro jährlich für Weiterbildung in den Betrieben. Das ist eine Leistung, die Anerkennung finden sollte, und das möchte ich hier auch ganz deutlich betonen. Und was es dann noch braucht, das bringen wir mit diesem Gesetz auf den Weg. Wir hoffen auf die Unterstützung der ganzen Breite dieses Deutschen Bundestages, weil es tatsächlich um junge Menschen geht. Und jetzt wieder der Appell an unsere Koalitionspartner, auf die Union zuzugehen, denn die Union muss in die Betriebe gehen, sie muss sich die Lebenswirklichkeit anschauen. Das ist die entscheidende Voraussetzung für gute politische Entscheidungen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es nichts zu lachen. Die Wirklichkeit sollte Politik gestalten und nicht die eigene Ideologie. Vielen Dank. Das ist die Hoffnung von Pascal Kober von der FDP. Die Vorschläge der Bundesregierung zur Aus- und Weiterbildungsförderung gehen den Linken nicht weit genug. Vor allem fehlt auch die angekündigte Bildungsteilzeit, heißt es in dem Antrag. Deswegen schlägt die Linke vor, die Weiterbildungsförderung gerade für bislang benachteiligte Gruppen auszubauen und eine Ausbildungsgarantie einzuführen. Jessica Tatti. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Vergangene Woche wurde ein neuer Rekord vermeldet. Zweieinhalb Millionen junge Menschen, also jeder Sechste im Alter von 20, zwischen 20 und 35 Jahren, hat keinen Berufsabschluss. Immer weniger Schulabgänger von der Hauptschule kommen überhaupt in eine betriebliche Ausbildung. Insgesamt 630.000 junge Erwachsene sind weder in der Schule noch in Ausbildung noch in Arbeit. Und noch ein trauriger Rekord. Die sogenannte stille Reserve liegt bei mittlerweile zwei Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Zwei Millionen, über die Hälfte davon mit Berufsabschluss, die weder Arbeit haben noch arbeitslos gemeldet sind, aber gerne Arbeit hätten. Wie haben Sie eigentlich vor, diese Menschen zu erreichen? Kein Wunder also, dass vor Ort so viele Betriebe über Fachkräftemangel klagen. Und das in einem Land, das ich doch auch weiterhin zu den führenden Wirtschaftsnationen zählen will. Diese Zahlen stehen für massive soziale Probleme in unserem Land. Und daher habe ich mich zuerst gefreut, Herr Minister, dass Sie ein Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung angekündigt haben. Aber was für eine herbe Enttäuschung. Sie wollen ganzen 7.000 Jugendlichen zusätzlich eine außerbetriebliche Ausbildung ermöglichen. Und ich freue mich ja wirklich für jeden Einzelnen davon. Aber jetzt mal ehrlich, 7.000 bei 630.000 unausgebildeten jungen Menschen, das ist doch keine richtige Ausbildungsgarantie. Wem wollen Sie das eigentlich vormachen? Und jetzt zum Qualifizierungsgeld. Sie wollen damit 10.000 Beschäftigte zu einer Weiterbildung bewegen. Und dann tun Sie auch noch so, als sei das so ein richtig großer Wurf. Das sind rechnerisch gerade mal 25 Leute pro Landkreis. Also irgendwie auch ziemlich erbärmlich. Antragsberechtigt ist nur der Arbeitgeber. Nichts für ungut. Und ich begrüße die Einführung des Qualifizierungsgeldes. Das ist völlig richtig. Aber wenn weiterhin nur der Arbeitgeber entscheidet, dann löst das doch das Kernproblem nicht. Dann werden doch auch weiterhin fast nur die besser bezahlten Mitarbeiter gefördert. Leer gehen aus die befristet Beschäftigten, die geringqualifizierten, die Teilzeitbeschäftigten, die Mütter und die Älteren, die Beschäftigten mit Migrationshintergrund und die Inniedriglöhnern. All diesen Menschen würden die 60 Prozent vom Netto ohnehin nicht reichen. Niemand denkt an Weiterbildung, wenn er dann nicht mehr über den Monat kommt. Und das ist auch der Grund, warum meine Fraktion ein Qualifizierungsgeld von mindestens 1.400 Euro fordert. Die prekär Beschäftigten, die Arbeitslosen und die Menschen in Hartz IV, die haben von ihrem Gesetz wieder einmal überhaupt nichts. Und das ist unerträglich, dass sie das immer anders behaupten, ohne das wirklich anzugehen. Sie machen in Wahrheit das Gegenteil. Bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern sind die Förderzahlen stark gesunken. Alleine bei den Jobcentern um 12 Prozent, das ist doch katastrophal. Und Ursache wieder einmal fehlende Mittel. Das ist das tolle Ergebnis Ihrer Fortschrittskoalition. Ihr Gesetz macht nicht aus unqualifizierten Fachkräften, sondern Sie pampern Großbetriebe. Herr Heil, jetzt mal im Ernst. Ihr Gesetzentwurf schadet ja niemandem. Aber er hilft denen nicht, die keinen Job haben oder die sich in miesen Jobs abrackern. Es bleibt mir ein völliges Rätsel, wie Sie so den Fachkräftemangel angehen wollen. Sie ziehen hier mit viel Bling-Bling eine hübsche Fassade hoch und hinter der Fassade, da vergammelt das Gebäude. Wir brauchen endlich ein Recht auf Ausbildung. Und das ist auch finanzierbar, wenn alle Unternehmen in einen Fonds einzahlen. Anstatt immer neue Instrumente für die einzuführen, die eh schon gut qualifiziert sind, müssen Sie doch vor allem endlich mal die unterstützen, die ihre Hilfe am nötigsten haben. Jeder, der eine Weiterbildung will und braucht, der muss doch auch eine bekommen. Sorgen Sie dafür, dass die Jobcenter und die Arbeitsagenturen dafür das nötige Geld haben. Das ist Ihre Aufgabe. Ansonsten werden Sie am Fachkräfteproblem scheitern. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Martin Rosemann. Guten Morgen, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir alle erleben in unserem Alltag den Mangel an Fach- und an Arbeitskräften doch derzeit an ganz vielen Stellen. Wenn man einen Bauantrag stellt und ewig warten muss, wenn man essen gehen will und das Lieblingsrestaurant hat mal wieder zu, wenn man dringend einen Betrieb sucht, der die Wärmepumpe installiert, wenn der Zug nicht bis zum Endbahnhof fährt, wenn man wieder mal die Kinder früher aus der Kita abholen muss oder wenn die Eltern pflegebedürftig werden. Diese Situation wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, nämlich wenn die Babyboomer schrittweise in Rente gehen. Damit scheiden in den kommenden 15 Jahren circa 13 Millionen Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt aus. Das entspricht 30 Prozent der Erwerbspersonen. Das gefährdet unseren Wohlstand. Und das ist zugleich eine Herausforderung für die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme. Deshalb ist es gut, meine Damen und Herren, dass diese Bundesregierung, diese Ampelkoalition eine umfassende Fachkräftestrategie vorgelegt hat. Und was uns als Ampelkoalition dabei leitet, ist, wir haben das Ziel, dass jeder und jede in dieser Gesellschaft einen produktiven Platz findet, und die Botschaft ist, wir brauchen alle. Diese Gesellschaft kann sich nicht leisten, dass junge Menschen ohne Anschlussperspektive brauchen. Diese Gesellschaft kann sich nicht leisten, dass es jedes Jahr immer noch 20.000 unversorgte Jugendliche in einem Jahrgang gibt. Und deshalb führen wir mit diesem Gesetz eine Ausbildungsgarantie ein. Eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen und nicht nur für 7.000, Frau Tattin. Unsere Gesellschaft kann sich nicht leisten, dass Beschäftigte im Strukturwandel verloren gehen. Deshalb stärken wir die Förderung der Weiterbildung. Wir machen die Förderung für die Unternehmen einfacher. Und wir führen mit dem Qualifizierungsgeld ein neues Instrument für die Bewältigung des Strukturwandels durch die Sozialpartner ein. Gestaltung auf Augenhöhe zwischen den Unternehmen und den Beschäftigten, zwischen den Geschäftsführern und den Betriebsräten, zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Tarifparteien und den Gewerkschaften. Nur so geht es. Und das ist das Instrument, das wir den Tarifpartnern, den Sozialpartnern dafür zur Verfügung stellen. Und da sage ich auch deutlich, Frau Tattin, keine Märchen. Denn diese Gestaltung heißt, der Staat, die Solidargemeinschaft übernimmt einen Teil. Aber den Rest, da bleiben die Unternehmen in der Verantwortung. Und wir haben starke Gewerkschaften, die dafür sorgen werden, dass das Qualifizierungsgeld entsprechend aufgestockt wird. Und wir schaffen damit die Möglichkeit, dass die Tarifpartner, dass die Sozialpartner, die Betriebsparteien gemeinsam entscheiden, Wer bekommt diese Weiterbildung? Und das sind die Beschäftigten, die vom Strukturwandel betroffen sind, ob gut oder weniger gut qualifiziert. Meine Damen und Herren, beides sind die zentralen Bestandteile dieses Gesetzes. Und ich danke Bundesminister Hubertus Heil deshalb für den Gesetzentwurf. Dieses Gesetz ist eine zentrale Säule der Fachkräftestrategie, um inländische Beschäftigungspotenziale zu erschließen. Die andere große Säule sind die ausländischen Fachkräfte. Und deswegen ist es gut, dass wir gestern auch in erster Lesung hier das Fachkräfteeinwanderungsgesetz diskutiert haben. Beides gehört zusammen. Beides brauchen wir. Und es wäre falsch und fahrlässig, beides gegeneinander auszuspielen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die weiteren Beratungen im parlamentarischen Verfahren. Sagt Martin Rosemann, der Sprecher für Arbeit und Soziales der SPD. Der Bundestag berät hier in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Und der nächste Redner kommt von der CDU und CSU, Markus Reichel. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über Aus- und Weiterbildung. Also das Thema Nummer eins für unsere Fachkräftesicherung. Und Thema Nummer eins wiederum für unsere deutsche Wirtschaftspolitik sollte der deutsche Mittelstand sein. Im Mittelstand muss und sollte auch ein besonderer Fokus des Gesetzes liegen. Und da will ich jetzt mal aus Ihrer Fachkräftestrategie, Herr Minister, zitieren mit Erlaubnis der Präsidentin. Dort haben Sie geschrieben, für kleine und mittlere Unternehmen ist es deutlich schwieriger, ihre Beschäftigten für Weiterbildungen freizustellen, ohne hierdurch den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Die Belange von KMU werden daher besonders im Rahmen von Initiativen zur Stärkung von Weiterbildung berücksichtigt. Zitat Ende. Und jetzt stelle ich Ihnen, Herr Minister, die Frage, ist eigentlich ein Gesetzentwurf eine Initiative? Ich glaube nicht, weil ich muss so fragen, denn in Ihrem Gesetzentwurf tauchen die kleinen, die mittleren Unternehmen in keiner Weise auf. Schon mal rein quantitativ. Wort KMU befindet sich im gesamten Text, immerhin 60 Seiten, einschließlich Begründung zweimal, Mittelstand einmal, mittelständisch einmal. In Ihrer Rede haben Sie es einmal verwendet. Und das ist eine fatale Chance für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Mittelstand. Wir kritisieren das scharf. Warum betone ich denn die Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen so? Weil hier 55 Prozent der Arbeitnehmer arbeiten. Und es gibt ja auch mehrere Studien zu den Besonderheiten. Das KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass nur ein Drittel der KMU Weiterbildung selbst durchführt. Das IAB zeigt, dass viele Betriebe die Weiterbildungsaktivitäten der Bundesagentur für Arbeit gar nicht kennen. Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung zeigt, dass die Weiterbildungsaktivitäten bei kleinen und mittleren Unternehmen zwar zunehmen, aber vor allem kleine Unternehmen haben angegeben, dass sie im Endeffekt im Tagesablauf nicht die Zeit dafür haben. Und jetzt ist das die Frage, wie man das auf den Gesetzentwurf aus Sicht der KMU auch anwendet. Und ich muss sagen, was grundsätzlich fehlt, ist, dass Sie adressieren die Probleme bei der Bekanntheit, bei der Vorbereitung, bei der Planung, bei der Organisation in den kleinen und mittleren Unternehmen. Dann müssen wir darüber sprechen, wie das weiterentwickelt werden kann. Und dann zu den konkreten Änderungen bei der Förderung Beschäftigter. Selbstverständlich, dass Sie Vereinfachungen einführen, das fordert Transparenz, das ist gut. Aber wir haben da schon noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Die Mindestzahl von 120 Stunden beispielsweise sollte doch noch mal hinterfragt werden. Dann, neben der Weiterbildung, nur außerhalb des Betriebs oder beim qualifizierten Träger, sollte tatsächlich auch die Qualifizierung im Betrieb ermöglicht werden. Sonst machen wir doch ganz praxisferne Weiterbildung. Und wir müssen über alternative Qualitätssicherungsmaßnahmen reden. Da hat im Übrigen das ausgelaufene Bundesprogramm Bildungsprämie eine ganze Reihe von Erkenntnissen gebracht. Und ich muss auch sagen, Die Linke hat in ihrem Antrag auch einige Fragen zur Erhöhung der Attraktivität der Weiterbildung für Geringverdiener, ich muss sagen, zu Recht angesprochen. Darüber müssen wir im Ausschuss sprechen. Und nun zum Qualifizierungsgeld. Also das ist wirklich überflüssig. Es erhöht die Unübersichtlichkeit der bestehenden Förderprogramme. Und dass bereits Kleinunternehmen eine Betriebsvereinbarung oder eben eine betriebsbezogene Tarifvereinbarung vorweisen müssen. Also, Herr Minister, das ist lebensfern. Jetzt zur beruflichen Ausbildung. Wir unterstützen alle sinnvollen Maßnahmen. Kollegin Rülf hat das ja angesprochen. Berufsorientierungspraktikum. Flexibilisierung bei der Einstiegsqualifizierung. Eventuell auch die Mobilitätsgarantie, wobei das sowieso auch im Kontext mit dem Deutschlandticket nochmal neu besprochen werden muss. Aber, Herr Minister, was Sie jetzt hier als Ausbildungsgarantie anbieten, das ist ehrlich gesagt etwa genauso viel wert, wie wenn jetzt Herr Minister Wissing eine Pünktlichkeitsgarantie der Deutschen Bahn geben würde. Wer gegenwärtig eine Ausbildungsstelle sucht, findet die auch. Bei den folgenden Berufen liegen enorme Engpässe vor, und das ist nur beispielhaft. Restaurant, Fachmann, Fachfrau, Fleischer, Klempner, Beton- und Stahlbetonbauer. Zusätzliche Möglichkeiten für außerbetriebliche Ausbildungen machen doch da den bestehenden Ausbildungsplätzen eher Konkurrenz. Und außerdem glauben Sie, ehrlich gesagt, anscheinend selbst nicht so richtig an den Sinn Ihrer Maßnahme, sonst würden Sie nicht mit so geringen Nachfragezahlen in der Gesetzesbegründung arbeiten. Viel wichtiger als Ihre Ausbildungsgarantie wäre, dass alle Länder endlich die Möglichkeit zur Weitergabe der Daten von Jugendlichen ohne Folgeperspektive an DBA umsetzen. Das sind die Länder gefordert, da bin ich bei Ihnen. Aber da müssen Sie auch regelmäßig Druck machen. Und außerdem würde ich auch sagen, es wäre gut, wenn wir mehr auf die Vorstellungen aus der Praxis hören, zum Beispiel die Neuordnung für Fachverkäufer im Nahrungsmittelgewerbe. Nur als ein Beispiel. Liegt seit einem Jahr zur Bestätigung, die wurde aus der Praxis erarbeitet, und das Ministerium kriegt es nicht hin, sie zu bestätigen. Das geht so nicht. Lassen Sie mich nur noch einige Worte zur Teilhabe sagen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass eine Reihe von Verbesserungen aus teilhabepolitischer Sicht reingenommen wurden in das Gesetz. Aber wir müssen auch über die Hürden für inklusive Ausbildung in den kleineren und mittelständischen Unternehmen sprechen. Da geht es vor allem um die Frage, welche Zusatzqualifikationen, unter welchen Bedingungen wird man dort haben, also dieses Thema Aretha. Da müssen wir im Ausschuss darüber sprechen. Also, zusammenfassend will ich sagen, das Gesetz geht nicht ausreichend auf die Herausforderungen bei kleinen und mittleren Unternehmen ein. Vereinfachung bei der betrieblichen Weiterbildung begrüßen wir natürlich. Aber das Qualifizierungsgeld ist überflüssig. Und bei der Berufsbildung gibt es einige gute Regelungen, aber die Ausbildungsgarantie gibt Fehlanreize. Wir freuen uns auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, es gibt ganz viele Faktoren, die den Arbeitsmarkt zurzeit verändern. Von längerem Verändern zum Teil Veränderungen vor uns haben. Die Digitalisierung ist für uns alle eine große Chance für unser Alltagsleben, aber auch für die Arbeitswelt. Aber es erfordert neue Qualifikationen durch die Digitalisierung. Und es werden auch Arbeitsplätze wegfallen durch die Digitalisierung. Da muss man ehrlich sein. Auf der anderen Seite entstehen aber ganz viele neue Arbeitsplätze durch den Strukturwandel. Vor allen Dingen im ökologischen Umbau werden viele Arbeitsplätze neu gebraucht, neue Qualifikationen gebraucht. Durch die demografische Entwicklung entstehen neue Arbeitsnotwendigkeiten, was den Bereich soziale Dienstleistungen zum Beispiel angeht. Also für alle diese Veränderungen ist Weiterbildung ein zentraler Schlüssel. Deswegen ist das ein ganz gewichtiges Gesetz, was wir heute diskutieren. Und es ist wirklich erstaunlich, diese ganzen Entwicklungen sind ja schon ganz lange bekannt. Und man wundert sich, dass in den letzten 16 Jahren halt da so wenig passiert ist. Viel zu wenig. Wir hätten uns schon längst darauf vorbereiten müssen, nur eine viel bessere Weiterbildungsförderung. Jetzt gibt es hier Zwischenrufe von der Union, die die letzten 16 Jahre regiert hat. Die Ampel packt das jetzt an mit einem großen Weiterbildungspaket im Koalitionsvertrag. Und dafür ist dieses Gesetz ein Teil. Und wie die Ampel macht das, was die letzten 16 Jahre versäumt worden ist. Und es ist ja nicht der erste Schritt, den wir gegangen sind. Kollegin Tatti, wir haben ja schon im Bürgergeldgesetz, haben wir das Weiterbildungsgeld eingeführt. Für Arbeitslose, nicht nur für Arbeitslose, die Bürgergeld beziehen. Für Geringverdiener, die Bürgergeld beziehen. All diese Gruppen können demnächst, ab 1.7. tritt das in Kraft, ein Weiterbildungsgeld von 150 Euro zusätzlich zum Einkommen bekommen. Wir schaffen den Vermittlungsvorrang ab. Und gerade in dieser Kombination ist das ein starkes Zeichen für die Weiterbildung, gerade für die Schwächsten in der Gesellschaft. Und in diesem Gesetz gehen wir weitere Schritte. Auf das Qualifizierungsgeld ist meine Kollegin Beate Müller-Gemmecke schon eingegangen. Wenn Unternehmen vom ökologischen Strukturwandel betroffen sind, neue Qualifikationen brauchen, ist das ein sehr starkes Mittel. Auch wirtschaftspolitisch hat das nochmal an die Union gerichtet. Aber es gibt ja nicht nur den Strukturwandel, sondern wir brauchen vielfältige Weiterbildung. Und an der Stelle hat die Große Koalition tatsächlich die richtigen Weichen gestellt. Mit dem Qualifizierungschancengesetz, Arbeit für morgen Gesetz, da haben die Grünen zugestimmt. Die FDP hat dem zugestimmt. Beide Fraktionen haben aber damals schon gesagt, ja, richtige Weichen, aber ob es so richtig losgeht, da haben wir unsere Zweifel. Und tatsächlich ist das so. Die Weichen sind richtig gestellt. Der Zug ist aber nicht losgefahren. Wir lösen jetzt die Bremsen, damit der Zug endlich Gas geben kann für bessere Weiterbildung. Und wir machen das, indem wir Hürden abbauen, indem wir entbürokratisieren, vereinfachen. Und wir überlegen auch noch, ob wir, ist ja jetzt schon stärkere Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen dabei, das nochmal zu verstärken, weil gerade kleine und mittlere Unternehmen noch stärkere Unterstützung brauchen. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren insbesondere über diesen Punkt auch noch nachdenken. Und wir werden ja auch noch weitere Schritte gehen. Wir finden es schade als Grüne, dass die Bildungszeit jetzt noch nicht in diesem Gesetzentwurf drin ist, weil wir da noch ein bisschen Diskussionsbedarf haben. Aber das ist ein weiterer wichtiger Schlüssel. Das Qualifizierungsgeld ist eine Maßnahme für Unternehmen, die im Strukturwandel stecken. Die Weiterbildungsförderung ist auch wieder aus Unternehmenssicht. Bildungszeit wäre eine Maßnahme, wo halt Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Beschäftigte von sich aus eigeninitiativ und selbstbestimmt Weiterbildung vorantreiben wollen. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Punkt wird kommen. Die Bildungszeit muss auf jeden Fall auch noch als Gesetz vorgelegt werden. Und letzte Anmerkung, ganz kurz. Es gibt ja auch noch Dinge neben dem Gesetz, die notwendig sind. Wir haben in dem Koalitionsvertrag Weiterbildungsagenturen als Begriff stark gemacht. Beratung, damit die Menschen wissen, wo sie hingehen müssen, wenn sie sich weiterbilden wollen. Da ist die Bundesagentur für Arbeit dran, die Strukturen dafür aufzubauen, Weiterbildungsverbünde und Weiterbildungsagenturen. Auch das ist noch mal ein wichtiges Paket. Die Ampel schafft die Rahmenbedingungen für bessere Qualifizierung für die Zukunftsaufgaben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin kommt von der AfD, Gerrit Hui. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Liebe Bürger! Das Gesetz zur Weiterbildung erhält einige Maßnahmen, wie wir begrüßen. Dazu gehört der Mobilitätszuschuss, der es jungen Menschen finanziell erleichtert, eine weiter entfernt gelegene Ausbildungsmöglichkeit wahrzunehmen. Auch Berufsorientierungspraktika, die wir als Fraktion schon lange fordern, sind sicherlich ein gutes Angebot, für das sich dann hoffentlich auch viele Unternehmen finden lassen werden. Im Weiteren beschränke ich mich jetzt auf die Weiterbildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Es wäre sehr erfreulich, wenn mehr Ordnung in den Aus- und Weiterbildungsdschungel dieser Agentur gebracht würde. Denn es ist ziemlich schwierig, das große Angebot halbwegs zu verstehen und es ist schon gar nicht leicht zu verstehen, wer auf welches Angebot unter welchen Umständen zugreifen kann. Da kommt dann die Beratung durch die Jobcenter ins Spiel. Die kennen das zur Verfügung stehende Angebot sehr gut, denn sie kaufen es selbst ja im großen Stil jedes Jahr wieder ein. Und genau da wird es problematisch. Die Jobcenter decken ihren vermuteten Bedarf aus den Angeboten einer großen Zahl von Bildungsträgern mit vielen Tausend Beschäftigten, die überwiegend von der Nachfrage der behördlichen Institutionen leben. Die daraus reduzierenden Bildungsgutscheine werden dann an die Jobvermittlerteams verteilt. Und da jeder Vermittler auch einen guten Job machen will, geht er dann auf Kundenjagd mit diesen Scheinen, um sie auch wieder loszuwerden. Während es in ländlicher Umgebung wegen der kleinen Fallzahlen eher zu wenig Weiterbildungsangebote gibt, sieht es umgekehrt in den großen Ballungszentren aus. Das für viele Geld eingekaufte Maßnahmenbündel ist nur sehr schwer an den Mann oder die Frau zu bringen. Denn die Nachfrage nach Weiterbildung, nach Ausbildung ist hier äußerst dürftig. Und das vorab weitgehend fixierte Angebot ist natürlich auch nicht immer passgenau, muss aber losgeschlagen werden, komme wer da wolle. Die AfD hat deswegen vor zwei Jahren einmal abgefragt, wie erfolgreich die staatlich organisierte Arbeitsvermittlung tatsächlich funktioniert. Die Zahlen stammen von 2020, dem ersten Corona-Jahr, und sind deswegen wahrscheinlich nicht vollständig repräsentativ. Um Größenordnungen daneben werden sie aber auch nicht liegen. Damals kamen jeweils zwei Vermittler zusammen auf einen wieder in Arbeit gebrachten Arbeitslosen pro Jahr. Und lassen Sie es heute viermal so viel sein, dann heißt es, dass die knapp 19.000 Jobcenter-Vermittler jährlich 35.000 Kunden Arbeitslose wieder in Arbeit bringen, aus einem millionenschweren Heer an Arbeitslosen. Angesichts der riesigen Bildungsindustrie, die auch dahinter steht, passt der Spruch, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Liebe Kollegen, bevor wir diesen Berg noch weiter aufbauen, sollte auch erst einmal gründlich geprüft werden, ob dieses System überhaupt zukunftstauglich ist. Die gute Botschaft, Geld für Aus- und Weiterbildung der Jobcenter-Kunden ist reichlich vorhanden. Mit mehr Geld kann man das Bildungsproblem also nicht hier lösen. Was fehlt, ist schlicht die Kundennachfrage. Und das ist ein viel schwerwiegenderes Problem. Dankeschön. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Stefan Seiter. Stefan Seiter ist Sprecher für Forschung, Technologie und Innovation der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Heil, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über ein Gesetz, das einen ganz wichtigen Punkt adressiert für die Zukunft unseres Landes. Es geht nämlich darum, dass wir unser Bildungssystem ergänzen um einen weiteren Aspekt, nämlich um das Thema der Ausbildung für junge Menschen, die aufgrund gewisser Eigenschaften, Marktgegebenheiten letztendlich Schwierigkeiten haben, eine Anstellung zu finden, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Es geht aber auch um Menschen, die im Beruf sind, wo es darum geht, dass sie weitergebildet werden, dass wir darauf reagieren können, was langfristig anstehende Veränderungen, die teilweise ja schon länger bekannt sind und eigentlich schon viel länger eine Reaktion hätten erfordern müssen, nämlich es geht um die Frage, wie reagieren wir auf den Klimawandel. Wir brauchen neue Technologien, wir brauchen neue Produkte und es verlangt, wir müssen unsere Mitarbeitenden entsprechend qualifizieren, weiterqualifizieren. Das ist natürlich tendenziell grundsätzlich eine Aufgabe der Unternehmen selbst und auch immer in der individuellen Verantwortung, dass man sich der Weiterbildung letztendlich auch stellt. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass der strukturelle Wandel, der ansteht, durch auch einen international zugenommenen Wettbewerb neuer Spieler, ich erwähne an der Stelle nur China, dazu führt, dass der Anpassungsdruck relativ groß ist und damit entsprechende Maßnahmen erfordert. Die Ansatzpunkte sind, wie gesagt, und von den Vorrednern teilweise natürlich auch schon in Detail vorgestellt, die Ausbildung auf der einen Seite und es ist die Weiterbildung auf der anderen Seite. Ich möchte an der Stelle insbesondere auf das Thema der Ausbildungsgarantie noch einmal eingehen. Es geht ja dabei darum, dass wir diesen berühmten Mismatch überwinden, nämlich die Herausforderung, dass wir in manchen Regionen in unserem Land Ausbildungsplätze zur Verfügung haben, beispielsweise im Südwesten, während wir in anderen Regionen ein Defizit an Ausbildungsplätzen haben. Und da ist die Überlegung natürlich schon sinnvoll, dass wir sagen, wir stützen die Mobilität, wir geben eine Förderung, sodass wir diesen Mismatch überwinden. Das bedeutet aber letztendlich, dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, wo kommen die jungen Menschen unter. In Gesprächen in meinem Wahlkreis waren zum Beispiel Unternehmen sehr begeistert, wo ich sagte, da gibt es eine Mobilitätsförderung. Da kam sofort die Antwort, dann müssen wir was tun. Wir können unterstützen, beispielsweise in Kooperation mit Vereinen. Wir können uns auch um die sozialen Fragestellungen da kümmern. Und wenn man sich die Ausbildungsgarantie anschaut, dann steht da, und ich weiß, das ist für manche natürlich ein Thema, die außerbetriebliche Ausbildung am Ende. Das darf, und das wurde auch schon angesprochen, natürlich nur die allerletzte Maßnahme sein. Weil wir haben ein erfolgreiches duales Ausbildungssystem hier in Deutschland etabliert, für das wir international beneidet werden. Und deswegen muss es das Ziel sein, die jungen Menschen in dieses System, in dieses betriebliche System zu bringen. Und nur dort, wo es letztendlich nicht möglich ist, müssen wir eine entsprechende Möglichkeit anbieten. Weil wir sollten bei allem auch bedenken, Maßnahmen oder die Teilnahme an solchen Maßnahmen bedeutet natürlich, es kann im Arbeitsmarkt auch als ein gewisses Stigma interpretiert werden. Und genau das gilt zu vermeiden, dass das als letzte Möglichkeit ist. Wir müssen uns aber jetzt im parlamentarischen Verfahren natürlich auch noch mal genauer das Thema Finanzierbarkeit anschauen. Wir von der FDP begrüßen, dass die allgemeine Umlage aus dem Gesetzentwurf herausgenommen wurde. Es geht aber auch natürlich um die Frage, wie stellen wir sicher, dass die Maßnahmen auch erfolgreich sind. Und das bedeutet für jemanden, der aus der Wissenschaft kommt, natürlich auch eine entsprechende Evaluierung der Maßnahmen im Hinblick auf ihren Erfolg. Vielen Dank. Stefan Seite hat es angesprochen, Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen soll, wo erforderlich ergänzend genutzt werden, bleibt aber die Ultima Ratio. Die FDP sieht das durchaus kritisch, nämlich die Unterwanderung des dualen Systems könnte drohen. Nathalie Pavlik jetzt für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es heute schon gehört, die Digitalisierung, der demografische Wandel, der ökologische Wandel, der Bedarf an Fach- und Arbeitskräften, all das wirkt sich auf unseren Arbeitsmarkt aus und dieser unterliegt eben einem stetigen Wandel. Als SPD-Fraktion ist es uns wichtig, dass wir diesen Wandel aktiv mitgestalten, und zwar gemeinsam mit den Unternehmen und den Beschäftigten. Das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung lässt sich einreihen in eine ganze Reihe von Gesetzen, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, durch die sich ein roter Faden zieht. Wir schaffen Chancen für die Beschäftigten von heute auf dem Arbeitsmarkt von morgen, und das mit Hilfe der Aus- und Weiterbildung. Mit dem Qualifizierungschancengesetz, mit dem Arbeit- von morgen-Gesetz, haben wir eine wichtige Grundlage dafür gelegt. Jetzt legen wir eben mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz nach. Wir vereinfachen das System der Weiterbildungsförderung, damit diese Instrumente noch mehr in Anspruch genommen werden. Wir schaffen Planungssicherheit durch feste Förderhöhen und öffnen die Fördermöglichkeiten für noch mehr Betriebe. Gleichzeitig führen wir mit dem Qualifizierungsgeld ein neues Instrument ein, das sich gezielt an Betriebe und ihre Beschäftigten, die besonders vom Strukturwandel getroffen sind, richtet. Und das ist genau richtig. Denn qualifizierte Fachkräfte sind entscheidend für unsere Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Weiterbildung vom Beschäftigten ist ein wesentliches Instrument zur Fachkräftesicherung. Es ist aber auch unsere Aufgabe als Politik, dass mit technologischer Innovation sozialer Fortschritt einhergeht und dass Menschen bei all den Veränderungen eben nicht alleine gelassen werden. Wie das gelingen kann, zeigt uns das Beispiel von ZF in Friedrichshafen mit deren E-Academy. Ein Unternehmen, das ursprünglich mit der Herstellung von Zahnrädern und Getrieben für Luftfahrzeuge startete, bildet heute seine Beschäftigten in der E-Academie mit dem Fokus auf Elektromobilität weiter. Vom Antrieb für Zeppeline hin zu Elektroantrieben mit Hilfe gezielter Weiterbildungsmaßnahmen. So kann Transformation gelingen. Es sind aber auch viele weitere Betriebe und Branchen in kleinen, mitteln und großen Unternehmen, die deren Geschäftsmodelle verändern werden. In meinem Wahlkreis der hessischen Wetterau sind gleich drei große Automobilzulieferer angesiedelt mit mehreren Hunderttausend Beschäftigten. Sie brauchen unsere Unterstützung. Mit dem Aus- und Weiterbildungsfördergesetz schaffen wir Perspektiven für Beschäftigten. Ich freue mich auf konstruktive Beratungen und auf viele weitere Vorschläge im Rahmen des parlamentarisches Verfahrens. Lassen Sie uns aus dem guten Gesetzentwurf ein sehr gutes Gesetz machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin kommt wieder von der CDU-CSU. Katrin Staffler ist Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aus- und Weiterbildung kann ja vieles sein. Sie kann Mittel zum Zweck sein für den beruflichen Ein- und Aufstieg. Sie kann der Erwerb von neuen Kompetenzen sein, um neuen oder veränderten Anforderungen gerecht werden zu können. Sie kann die Verwirklichung von einem lang gehegten Traum sein. Sie kann auch einfach nur spannender und sinnerfüllter Zeitvertreib sein und so weiter und so fort. Und ich ganz persönlich finde es gut, wenn jeder einzelne Mensch in diesem Land die Möglichkeit hat, im Laufe seines Lebens so viel wie möglich zu lernen und zu erlernen. Darum allein darf es aber in der politischen Debatte nicht gehen. Sondern als politisch Verantwortlichen müssen wir uns vor allem eine Frage stellen, nämlich wann wollen und wann können wir welche Bildungsmaßnahmen von staatlicher Seite sinnvollerweise unterstützen. Und wann und wie wollen wir als Gesetzgeber in die Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingreifen. Und genau das sind doch die Fragen, die wir heute hier diskutieren müssen. Die Transformation von vielen Bereichen in der deutschen Wirtschaft zieht vollkommen neu Jobprofile mit sich. Und viele Arbeitnehmer sehen, dass sich die Qualifikationsanforderungen für ihren Beruf grundlegend ändern. Und der eine oder andere hat deswegen Angst um seinen Job. Den Arbeitgebern auf der anderen Seite fehlen immer mehr die dringend benötigten Fachkräfte. Und wenn sich dann noch politische Rahmenbedingungen ganz kurzfristig, grundlegend ändern und dadurch ganze Märkte vollständig durcheinandergeworfen werden, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, dann verschärft es die angespannte Lage, die wir ohnehin schon haben, noch zusätzlich. Und unser Ziel muss es doch sein, dass wir künftig alle Menschen in die Lage versetzen, dass sie den Fortschritt für sich persönlich als Chance, als große Chance wahrnehmen und nutzen können. Und sie sollen die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Fertigkeiten entlang dem Wandel der Zeit natürlich und entlang der persönlichen Interessen auch weiterentwickeln können. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist doch, welche Maßnahmen sind notwendig und welche Maßnahmen sind auch sinnvoll, um das definierte Ziel zu erreichen. Und da sind wir jetzt bei den Vorschlägen, die heute hier im Gesetzentwurf vorliegen. Sie sagen, wir wollen das System vereinfachen. Ja, das ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme, dass wir die Förderinstrumente, die wir haben, vereinfachen. Und es ist zu begrüßen. Das kann in der Tat zu einer erhöhten Bereitschaft zur Weiterbildung beitragen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir dann jetzt dafür? Und Sie schlagen vor, das Qualifizierungsgeld einzuführen. Wohlgemerkt einzuführen in ein System, in dem wir mit dem Qualifizierungschancengesetz ja schon einen etablierten Rahmen haben für die Förderung von beruflicher Weiterbildung. Sprich, Sie schaffen an der Stelle eine Doppelstruktur. Sagen aber, Sie wollen vereinfachen. Was wir kriegen, ist ein Mehr an Komplexität. Es muss doch das Ziel bleiben, dass wir da unterstützen, wo der Bedarf am größten ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und bei der beruflichen Weiterbildung sind es doch besonders die geringqualifizierten und die kleinen und mittleren Unternehmen, weil die heute unterrepräsentiert sind. Der Kollege Reichel hat darauf hingewiesen. Deswegen müssen wir mit unseren Maßnahmen doch genau da ansetzen, statt dass wir die Gießkanne auspacken. Und damit komme ich zur Ausbildungsgarantie. Unser Ziel bei der Ausbildung muss es sein, dass wir die betriebliche Ausbildung stärken, die große Stärke, die wir in unserem dualen System haben. Und genau das macht die Ausbildungsgarantie ja gerade eben nicht. Stattdessen wollen wir die außerbetriebliche Ausbildung ausweiten. Und das, obwohl im vergangenen Jahr 69.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden haben können. Es gibt seit Jahren weit mehr ungesetzte Ausbildungsplätze als unvermittelte Jugendliche. Die Herausforderung ist also nicht der Mangel an betrieblichen Plätzen, sondern das Matching zwischen Angebot und Nachfrage. Und dafür brauchen wir passgenaue Angebote. Deswegen komme ich zum Schluss. Wir brauchen weder Ausbildungsgarantie noch Qualifizierungsgeld. Was wir brauchen, sind individuell passende, transparente und flexible Angebote, die sich nahtlos in das Leben der Menschen integrieren und die Lust auf Zukunft machen. Daran sollten wir arbeiten. Danke. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Jens Peik. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Abgeordnete! Ich will Sie auch fragen, ob das Handwerk, die AK, die Gewerkschaften, alle werden Ihnen sagen, die betriebliche Ausbildung ist eine Säule des Wohlstands in unserem Land und ein Erfolgsmodell. Und deshalb entscheiden sich mehr als ein Drittel aller Jugendlichen zu Recht für diesen Weg. Trotzdem nimmt aber die Zahl der Ausbildungsplätze ab. Trotzdem sind über 200.000 junge Menschen an der Warteschleife. Und trotzdem haben 1,38 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren keinen Berufsabschluss. Und das, obwohl in vielen Regionen, wie wir gerade schon gehört haben, Unternehmen und Betriebe händeringend Fachkräfte suchen. Mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz als Teil der Fachkräftestrategie der Bundesregierung gehen wir das jetzt an. Denn da, wo der Ausbildungsmarkt versagt, muss der Staat helfen. Wir stärken genau deshalb die Berufsorientierung, damit junge Menschen ihre Ausbildungschancen kennen. Wir fördern die Mobilität. Denn wer bereit ist, einen Ausbildungsplatz anzunehmen, der weiter weg liegt, der soll auch die Möglichkeit bekommen, seine Eltern, seine Familie, seine Freunde regelmäßig zu besuchen. Aber das Wichtigste, wer trotz intensiver Bemühungen keine Ausbildungsstelle bekommt, dem garantieren wir einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz. Damit schaffen wir einen Rechtsanspruch auf Ausbildung. Und die Ausbildungsgarantie ist seit Langem ein wichtiges Anliegen der SPD. Weil es eine Frage des Respekts ist. Des Respekts, dass wir junge Menschen nach der Schule nicht einfach abschreiben. Dass wir nicht selbst die Schuld geben für fehlende Ausbildungsplätze. Ja, wir machen Schluss mit der mehr von nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen in diesem Land. Denn es ist unsere Aufgabe, sie zu unterstützen und ihnen den Weg freizumachen für ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Herr Peik, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung der Kollegin Tatti aus der Fraktion Die Linke? Ja, bitte. Vielen Dank, Herr Peik, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja jetzt gerade auch noch einmal die Ausbildungsgarantie erwähnt. Und wir sind uns auch einig darin, dass natürlich die betriebliche Ausbildung Vorrang haben muss vor der außerbetrieblichen Ausbildung. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, in dem eigenen Gesetzentwurf der Koalition steht ja drin, dass Sie nicht mehr erwarten, als 7000 Ausbildungsplätze so an Jugendliche zu vergeben. Und deswegen frage ich mich eben, warum Sie nicht ein weiteres Instrument eingeführt haben, wie zum Beispiel das Unternehmen an einen Ausbildungsfonds einen Beitrag leisten, dass daraus Ausbildungen auch finanziert werden müssen, um so auch die betriebliche Ausbildung zu fördern, damit junge Menschen auch wieder mehr Chancen haben, eine betriebliche Ausbildung machen zu können. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Zuerst die Schätzung, wie viele Ausbildungsplätze außerhalb der Betrieb zusätzlich geschaffen werden, gehen natürlich davon aus, dass auch die Maßnahmen, wie wir vorher greifen, passen. Dass wir die Berufsorientierung stärken, dass wir die Jugendberufsagenturen stärken, dass wir die Mobilität fördern. Und natürlich auch untergesetzliche Maßnahmen, die zur Fachkräfte- und Ausbildungsstrategie gehören, wie zum Beispiel das Azubi-Wohnen weiter auszubauen. Und dann ist das Entscheidende an der Stelle für uns auch nicht, wie die Schätzung aussieht, sondern wir schaffen einen individuellen Rechtsanspruch. Da, wo das System nicht funktioniert, wird es einen Rechtsanspruch geben, und den können junge Menschen in Anspruch nehmen. Und deswegen ist ein Recht auf Ausbildung. Aber, ich würde in meiner Rede fortfahren, aber das heißt nicht, dass wir mit der Ausbildungsgarantie die Unternehmen aus ihrer Verantwortung entlassen, sondern im Gegenteil. Wir erwarten auch deutlich mehr Anstrengungen der Wirtschaft für mehr betriebliche Ausbildungspätze. Es kann nicht sein, dass diese Verantwortung auf den Staat abgeschoben wird. Und ich sage auch deutlich die kritischen Stimmen, die sagen, dass es sehr teuer wird. Es stimmt, eine Ausbildungsgarantie kostet viel Geld. Aber keine Ausbildungsgarantie kostet mehr. Denn kein Berufsabschluss heißt für junge Menschen ein Leben lang weniger Gehalt, ein höheres Risiko von Arbeitslosigkeit und die Gefahr gesellschaftlicher Ausgrenzung. Ganz zu schweigen von den Kosten für die Wirtschaft wegen fehlender Fachkräfte. Aber das Versagen am Ausbildungsmarkt darf nicht zulasten der jungen Menschen gehen und die Unwilligkeit, Auszubildende zu nehmen, die keinen geraden Lebenslauf haben, auch nicht. Und deswegen machen wir es mit diesem Gesetz vor. Wir machen den ersten Schritt. Jetzt bitten wir, die Wirtschaft auch nachzuziehen und erwarten das auch. In diesem Sinne vielen Dank. Die vorletzte Rednerin hier in der Debatte über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung ist Emilia Fester von den Bündnisgrünen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Gratulation, Frau Präsidentin. Ich kann mir tatsächlich kaum etwas Schöneres vorstellen, als hier heute einen der größten jugendpolitischen Erfolge dieser Legislaturperiode zu feiern. Aber erst einmal natürlich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, immer wieder betone ich hier, wie wichtig es ist, die Jugend in den Mittelpunkt unserer Debatte zu stellen. Dass Politik, die gut für die jüngsten und nachfolgenden Generationen ist, eine zukunftsgewandte und gerechte Art und Weise ist, unser Zusammenleben zu gestalten. Und seit Jahren treten die Gewerkschaftsjugend, die grüne Jugend und die Jusos für die Ausbildungsgarantie ein. Sie werben und erklären, bringen Kampagnen an den Staat und verhandeln für die jungen Menschen und für Gerechtigkeit, letztendlich für gute Ausbildung. Und Fachkräfte, die für die Transformation von unschätzbarem Wert sind. Und jetzt ist der erste große Aufschlag endlich da. Die Ausbildungsgarantie kommt. Und zwar als individueller Rechtsanspruch. Und das ist ein riesiger Erfolg. Klar ist aber auch, und da gebe ich Frau Tatti recht, dass die Ausbildungsgarantie im parlamentarischen Verfahren noch wachsen muss. Wir brauchen dringend mehr attraktive Arbeitsplätze. Aber auch in Fragen der Inklusion, der Ausbildungsverbünde und der Begleitung bis zum Abschluss gibt es im Gesetz noch einiges zu tun. Und das will ich mal ein paar Beispielen verdeutlichen. Kolja ist gehörlos. Deshalb braucht er einen besonders gut auf ihn zugeschnittenen Ausbildungsplatz. Er sollte vom Staat zugesichert bekommen, einen Beruf nach seinen Wünschen und in der Nähe seines Wohnorts erlernen zu können. Oder auch Jasmina. Ihr stehen die vielen unbesetzten Ausbildungsstellen im Handwerk oder auch in der Gastronomie zwar offen. Sie will aber Fachinformatikerin werden. Möglich wird das durch die Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen. Durch Stärkung der betrieblichen Ausbildung. Dafür werden wir Grüne uns jetzt Hand in Hand mit der jungen Zivilgesellschaft einsetzen. Der Anfang ist getan. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lösen wir Widersprüche auf, unterstützen wir die Schwächsten und schaffen wir den individuellen Rechtsanspruch für alle. Vielen Dank. Emilia Fester hat heute Geburtstag, wird 25 Jahre jung, eine der ganz jungen Abgeordneten hier im Hohen Hause. Und die nächste Rednerin ist die Letzte in der Debatte. Lina Seitzel spricht für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Kollege Jens Peik hat es eben bereits gesagt. Die betriebliche Berufsausbildung ist einer der Erfolgsfaktoren von Made in Germany. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen, Betrieben, Kammern und Gewerkschaften erlängenden junge Auszubildende die grundlegenden Fähigkeiten für ihr weiteres Arbeits- und Berufsleben. Und gleichzeitig ist die duale Ausbildung auch eine wichtige Säule für die Fachkräftesicherung. Es wurde bereits gesagt, wir haben gestern bereits in der Debatte über das Einwanderungsgesetz gesprochen. Gut, dass wir jetzt hier deutliche Schritte voran machen. Aber neben der Zuwanderung geht es ja auch darum, das Potenzial der Menschen hier bei uns in Deutschland zu nutzen. Es ist ja geradezu absurd, dass Hunderttausende von jungen Menschen Jahr für Jahr im Übergangssystem festhängen, ohne Perspektive auf einen Berufsabschluss. Was für eine Verschwendung von Potenzialen und Ressourcen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau hier setzt der Gesetzentwurf an. Und ich würde dem einen oder anderen raten, sich den Text doch noch mal genauer durchzulesen, wenn ich hier an diese Debatte denke. Es geht um bessere Beratung und Vermittlung. Es geht um Berufsorientierung und einen Mobilitätszuschuss. Wir stellen sicher, dass junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit oder eben am Übergang in den Beruf abgeholt werden. Sie unterstützt werden dabei, ihren Berufswunsch zu entwickeln und einen Ausbildungsplatz zu finden. Und wenn das nicht klappt, trotz all dieser Unterstützung, dann, wenn das nicht klappt mit dem Ausbildungsstart in einem Betrieb, dann wollen wir Ihnen keine Warteschleife nach der anderen zumutern, sondern in diesem Fall ermöglichen wir mit einem Rechtsanspruch den Zugang zu einem außerbetrieblichen Berufsausbildungsplatz und damit auch endlich einen Berufsabschluss. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen Jugendverbänden bedanken, allen voran die DGB-Jugend, die Jusos und die Grüne Jugend, die immer wieder auf die Bedeutung dieser Ausbildungsgarantie hingewiesen haben. Dass die Ampel die Anliegen von Azubis ernst nehmen, zeigt nicht zuletzt auch das neue Bundesprogramm Junges Wohnen. Denn neben dem Mobilitätszuschuss, der direkt ja an die Azubis ausgezahlt wird, braucht es auch bezahlbare Wohnungen. Dass der Bund endlich wieder in die Förderung von Wohnheimen für junge Menschen einsteigt, ist ein Meilenstein. Und dass im Bundesprogramm auch explizit Azubi-Wohnen gestärkt werden soll, macht noch einmal deutlich, wie viel Wert uns eine starke Ausbildung ist. Es ist genau dieses Ineinandergreifen vieler verschiedener Maßnahmen, die wir hier umsetzen, mit denen wir den Fachkräftemangel bekämpfen und damit unser Land zukunftsfest machen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 6518 und 6549 an die in der Tagesordnung aus aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.